Servus, grüezi und hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Baden Farmer und freue mich, dass du auch heute bei diesem Projekt wieder mit dabei bist. Zwischen den Folgen habe ich das Grasfeld hinter dem Shop gemäht und schon mal Heu für unsere zukünftigen Milchkühe gemacht. Im nächsten Jahr soll der Stall gebaut und die Kühe gekauft werden. Aber bis dahin müssen wir noch einige Aufträge der hiesigen Landwirte annehmen. Für die heutige Folge Nummer 7 ist ein sehr lukrativer Auftrag eingetroffen. Wir sollen das Maisfeld im Westen abernten. Da wir das mit dem bestehenden Fuhrpark nicht schaffen werden, haben wir uns noch einen Drescher der Marke John Deere angemietet. Mit zwei Dreschern und drei Abfahrern geht es nun auf das Feld zur Maisernte. Ich wünsche dir gute Unterhaltung beim Zusehen, dein Baden Farmer. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Wir sind fast am Ende der Folge angekommen und auch heute gab es wieder viel zu tun. Wenn dir das Video gefallen hat, gebe ihm doch bitte ein Däumchen und wenn du mehr davon sehen möchtest, abonniere doch den Kanal. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wieder zu einem LS22 Video treffen würden. Bis dahin, bleib gespannt und neugierig. Dein Baden Farmer. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018